Krimi-Fans aufgepasst. Wer auf spektakuläre Fälle steht. Und wer Ermittler mag, die auch mal fehlbar sind. Tja, somit ist ja wohl klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sich meist auf ihren Instinkt verlassen. Ist so ein Polizisten-Bauchgefühl. Wer außerdem gute Zeugen schätzt. Nein, ich hab nichts gehört. Er ist Autist. Er wird nicht sprechen. Und dazu noch überraschende Wendungen liebt. Wir haben einen neuen Verdächtigen. Für den ist Kommissar Wallander unterwegs. Sonntag wieder, hier in 1Festival.